Nun, tut er nicht weh mit dem Bogen. Oh, noch keine Spruch drauf. Wir essen in unserer Not immer grönen. Sie haben uns die Arme zurückgebracht. Möge die Sonne aufdrehen. Dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Ehtowutti. Wer hat dir das beigebracht? Oh, komm schon. Wir werden uns später und du singst das nie wieder. Nie wieder. Sollst du eigentlich mit mir? Ich heiße jetzt Derva. C-E-R-V-A. Oh, nicht Goide. Oh, Verzeihung. Warum denn? Meine Großmutter hat mir vom Schmiede-Jungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Na komm, spring rüber. Huggel du. So, Spiel speichern. Denn, das möchte ich jetzt auch mal probieren. So war es so ein ertrunkener, der den Jungen erzählt hat. Der Hexe hatte damit nichts zu tun. Was haben die Leute getan? Sie haben den Kopf hier schlecht wieder abnähen. So bist du Ärger? Nee, so wie eigentlich nicht. Ja, mit 12 Stunden meditieren. Wie die Tünen. Bitte nicht. So, hier werden die Tünen. So, jetzt bin ich noch mal her. Ich habe das, was ich noch mal hier. So, jetzt bin ich noch mal. Du bist jetzt wieder dran. So, jetzt bin ich noch mal hier. Ich habe das, was ich noch mal hier. Ich habe das, was sie noch mal hier. Glockenzeichen. Und dann militieren. Das sind nur digitale Tiere. Oh, Achtung, die Zahl der links der Gesundheitsbalken des Gegners steht für die Stufe. Wenn die Zahl rot und ein Togenkopf angezeigt wird, dann ist der Gegner viel stärker, als du in solchen Fällen sollst du umkehren. Ah, wow. Fragezeichen. Ah, das ist schnell gegangen. Der Gott, das war jetzt so gerade der Gott, äh, der Löwen, wollte ich gerade sagen. Gott der Kühe. Jetzt ein Spielstandwagen. Ah, jetzt haben wir das auch mal gesehen. Und jetzt sind sie aber nicht mehr da. Gott sei Dank. Den Gott der Tiere. So, und wie brauchen wir jetzt das? Dann haben wir mal die Bestie von Weißgorn. Sprich mit Wesemir. Irgendeine Bombe brauche ich noch dafür, gell? Inventar. Hier. Hier, es war irgendeine Bombe. Quäste. Inventar. Inventar. Was ist denn noch mal allergisch? Der Greifbund Der Greifbund Der Greifbund Der Greifbund Der Greifbund Ich mach der für Bombe Kartesche Hybridöl und Art Hybridöl und eine Kartesche Öle Das Öl hab ich noch gar nicht Kartesche Fehlen Zutaten Kalzium Anhüften Dann kaufen wir uns ein wenig Kalzium Hoffen sie mal, dass die gute Frau Nack, 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 nack Oh! Die Teige Spinnst du? Hey, da bist du Hey Elsa Schon lange nicht mehr gesehen Hast du was interessantes unter der Theke? Komm drauf an, was du suchst Ich trage einmal hin Ich trage einmal hin Ah Du hast doch gar nichts Gar nichts Gar nichts Ich trage einmal hin 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 Lebe wohl Wow Ey, Tschuldigung Vielleicht hat er unser Unser Freund Dunter so sowas grüß dich servus was hast denn so lasst mich einen blick auf deine wahren werfen also jetzt wirklich zu random wieder zurück vielleicht hat sie zufällig noch was aber nie merken was für richtung da muss vielleicht hat sie zufällig sowas sagen wir was hast ach schau her, die hat ja so kristalle rett da ja hoffentlich lohnt sie das jetzt kann man die bombe machen du besitzt diese, achso das muss man noch einmal machen und dann haste aha, ok dann kann man quasi wir sollten wir da nicht irgendwann einmal ziemlich überlohen, wenn man jetzt alles dann macht und alles dann hat leb wohl, danke leb wohl hm ich habe eh schon einmal gefragt ob sie Hilfe brauchst was ziemlich garste auf mich oh oh ich bin jetzt das spieler gestützt ich bin sofort wieder da so, da sind wir wieder dann reißen wir mal zurück dann reißen wir mal zurück hoffentlich stürzt es nicht noch einmal ab hmmm, brav ganz brav da, hier hey schau mich nicht so an ich bin auch vorne Entschuldigung, nein, nein auf Gottes willen geht es noch los Katze komm einmal jetzt haben wir denn alles hier herinnen in unser Lager uh nimmer schon du hast es schon gelesen du hast es schon gelesen sonstiges kann ein Händler verkauft oder ein handwerklicher Zucker zerlegt werden und brennt alles noch hast du schon gelesen, habe ich schon gelesen habe ich schon gelesen wahrscheinlich habe ich alles gelesen sonst wird es nicht ausgegraut jetzt sind die ganzen Öle wo sie jetzt nicht reinhauen die Bomben jetzt brauchen wir den Fedengreif wieder Waffen das werde ich mir dann schon sagen auch viermal so das für 37 bis 45 probieren wir aus und ja ist ja schon gut mit sie die märme ja was ist denn deutsch ich war mit dem greifen vertrag beschäftigt und ich bin bereit warten bringt nichts suchen wir einen guten ort für einen hinterhalt ich weiß schon ein die andere flussseite da sind felder und ein welchen viel platz und weit genug weg dass uns niemand in die quere kommt gut wir treffen uns dort den du trank des donners trank des donner herstellst benötigst du die richtigen zutaten adrenalin punkte werden ziemlich schnell gegenstände die herstellen kannst sind die kategorie unterteilt wähle das rezept für den trank donner mit l trank donner jetzt kann ich es auch einmal machen drücke auf um die gegenstände herzustellen tränke müssen inventar ausgerüstet werden damit du es im spiel ersetzen kannst gegenstände ausrüsten verwende lb und rb um das inventar zu öffnen ok 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 hm du hast einen hexertrank doch musst du ihn ausrüsten wenn du ihn verwenden willst jetzt kannst du diesen trank im spiel verwenden drücke rauf um den trank auf den ersten platz zu aktivieren oder runter um den trank auf den zweiten platz zu aktivieren so jetzt habe ich da die schwalbe also rauf und runter für den donner trank da brauche ich dann die die bombe genau na klar ich habe es nehm woher denn hier muss ich reich gehen oh na da die dung da die dung hm 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 hey wer ist ihm hier ein fluss goldene getreidegarten charmanter ort ideal für einen hinterhalt ich weiß worauf ich achten muss und bereit na hm ich brauche noch einen moment ach erst schleifst du mich aus der taverne und dann aber beeil dich wer stehst du denn das wunsch auf ich möchte nur ich mag eigentlich nur schnell speichern so ja na trantüte fertig und die wenn da die nochmal wortenlosen aber jo ich kann nur fangen fangen wir an sag mal wenn wir jennefer finden was machst du dann hast du einen auftrag im sinn nein ich gehe nach kermorhen bisschen früh für die winterpause der schnee ist noch weit weg ja das ist ja das problem nilfgaard hat den ponta im osten überquert sie sind also etwa sieben tagesmärsche von kermorhen entfernt erreichen sie das tal bevor die pässe eingeschneit sind nun wir müssen unsere spuren verwischen unsere wege vertuschen wo wir vom winter einbruch reden meinst du du kommst dieses jahr vielleicht vielleicht mit einem gast er ist ganz nah eine armbrust im karten spiel gewonnen während du durch die gegend geturnt bist könnte noch nützlich wenn nur konjunkt wohnung sie haben uns lektionen über laster halten aber selber ein spiel sein darauf zu reden wir müssen einen greif töten vor sie Quatsch! Uuhh irgendwie! Ah-hah. Ah-hah! Ah-hah! Ah-hah. Ah-hah. Was ist das? Lass ihn nicht entwischen! Wir sind, wir sind. Wir sind. mit mir noch lauffolos um gottes wenn mit dem gmbc jetzt noch laufen Ich bin der 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 ist du? Ich bin auf Kühn, für dich, für dich. Oh, ich kattet schon mehr. Naja, bestimmt werden wir bis in die Kämpfe gehen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Monsterauge, Greifenfedern, Monsterklaue, durchdrungener Staub, Greifen, Muttergen, Greifentrophäe. arlene Staub. Das war die Emax. Aufwärtsstreich. Wir haben die Hand gehabt.